Grüß Gott, mein Name ist Markus Bühler von Lebenstraummobilien. Heute stelle ich Ihnen ein Einfamilienhaus in Heilbronn-Bürgün vor. Begleiten Sie mich auf einen Rundgang. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Haus wurde 1983 gebaut, verfügt über 184 Quadratmeter Wohnfläche, eine Doppelgarage, 866 Quadratmeter Grundstück, eine Sauna und ein Schwimmbad befinden sich im Untergeschoss. Ich hoffe, Ihnen hat unser kleiner Rundgang gefallen. Was mich so an diesem Haus begeistert, sind die flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten auch für eine große Familie, weil Sie ja beispielsweise auch die Einlegerwohnung wieder in den Wohnraum integrieren können. Falls Sie Lust auf eine persönliche Besichtigung haben, dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Bis bald!